Herzlich Willkommen zu einem neuen Aufgebraucht Video. Es ist mal wieder Zeit. Ich habe massig aufgebraucht. Das ist unglaublich. Seitdem ich das aufhebe, bin ich immer geschockt am Ende des Monats. Anfangs ist es immer nur ein bisschen und dann fühlt sich das immer mehr. Und wir starten gleich. Einen ausgedienten Badebooth. Ich glaube, den hatte ich mal im Adventskalender drin gehabt. Der ist schon sehr ausgefranst. Der kommt weg. Endlich aufgebraucht. Eine Balea. Cremeseife mit Beere und Vanille. Duft war okay, aber 500 ml dauert ewig, eh das alles ist. Einmal Softlan. Weißspüler mit Orchidee und Vanille. Also der roch richtig stark nach Vanille. Ja, ich würde ihn wieder kaufen. Dann mein Lieblings Weißspüler von Leno. Love Amethyst Blütentraum. Diesen Duft liebe ich. Die Pfingstrose, dunkle Orchidee. Herrlich. So liebe ich ja auch Parfüms, die danach duften. Dann habe ich hier Spee 3 in 1 mit Frische Kick und Spee Color. Es ist genauso gut wie Weißer Riese. Ich glaube, das ist sogar immer das Gleiche. Ich habe mal gewaschen. Zwei Dinger alle. Einmal Domestos WC Reiniger. Ich nehme das, was im Angebot ist. Hauptsache das hat hier so eine Beuge, damit ich das gut unter den Klorand bekommen kann. Hier habe ich einen Domestos Hygienereiniger mit Aktivchlor. Oh Gott. Zum Bleichen und zur Schimmelbeseitigung. Oh Gott. Ich habe es für die Toilette genommen. Typisch ich. Man sollte doch vorher lesen. Ist egal. Hat auch funktioniert. Stank natürlich wie Schwimmbad dann bei mir auf der Toilette. Ich habe mich schon gewundert. Okay. Beim nächsten Mal bin ich dann etwas schlauer. Dann habe ich ein Schimmelspray. Kein Schimmelspray. Ein Schimmelspray von Balea. Tropical Vibes. Das ist jetzt die zweite Flasche, die leer geht. Ich bin so froh, dass es jetzt endlich alle ist. Weil es ja doch immer leicht klebt auf der Haut. Ja. Ich habe jetzt noch ein Glitzerspray von Action. Da ist noch so viel drin. Und wenn das dann leer ist, ich denke mal dann ist Winter. Ja. Würde ich es mir wieder kaufen vom Duft her? Ja. Mit Glitzer? Vielleicht. Dann ist leer gegangen. Diese, oh Gott, wie sagt man das? Die in den Spender, die Duftteile da, die automatisch sprühen, die mich immer stören, wenn ich ein Video drehe. Da geht es immer pft 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 pft. Ja. Obwohl ich muss sagen, so toll haben die nicht gerochen. Die von Glade sind einfach besser. Also ich muss sie jetzt noch mit allen machen. Aber den Duft nehme ich kaum wahr. So. Mein Mann hat ein Duschgeler gemacht von Avant. Ocean Sword. Das ist ein sehr frischer Duft. Da kommt sogar noch was runter. Oh, hätte vielleicht noch für einmal gereicht. Ja. Kaufen wir auch immer wieder nach. Dann hatte ich hier in einer Abo-Box ein Wimpern-Revitalisierungsgel. Ne, das war im Adventskalender von Glossybox letztes Jahr. Ich habe das extra noch mit aufgehoben. Da ist ein Milliliter drin. Wenn ich bedenke, dass das bloß ein Milliliter ist, hier, das ist ja hier drin, hier ist ja das längste Teil, muss ich sagen, war das sehr ergiebig. Ich habe das wirklich lange benutzt. Einmal oben, einmal unten, dann nochmal eingetaucht. Ob das jetzt was gemacht hat. Meine Wimpern sind ja an sich relativ lang. Aber wie gesagt, ich habe es mit aufgebraucht. Und es war okay. Von Nuvega war das Teil. Dann habe ich ein absolutes Flop-Produkt von Earth Harbor. Das war auch in einer Glossybox. Ich glaube, das war die Special Edition für den Sommer. Mit so einem Haaröl. Was ich dann extra immer noch rein machen muss. Und 10 Minuten warten. Da ist mir lieber eine Spülung oder sowas. Das ist mir viel besser. Also es ist einfach zu aufwendig. Wenn ich das vorneweg in die Haare machen muss, auf trockenes Haar. Aber hier habe ich es glaube ich ins nasse Haar gemacht. Ich habe dann wirklich großzügig in die Hand geschüttet, drauf gemacht und dass es leer geht. Einfach nur, dass es alle wird. Also vielleicht kommt jemand besser damit zurecht. Also für mich war es definitiv nichts. Dann hatten wir hier ein samtig weich. Ups. BB Schauergel. Hatte meine Tochter leer gemacht. Und die hat gesagt, Mama, das war richtig toll. Dann hatte ich My Little Beauty. Das war aus der My Little Box. Das war ein Body Scrub. Der war schön. Der war angenehm. Die Körner waren nicht ganz so fein. Und würde ich Tatsache wieder kaufen. Wenn ich nicht so viel hätte. Einmal ein Handzahn. Mit Vitamin E. Eine Handcreme. Die ist leer gegangen. Vom Rossmann. Ja. Mit Wildrose. War okay. Habe ich geschenkt gekriegt. Dann einmal Brazilian Love von Dragomoon. Habe ich mal wieder so ein kleines Teil alle gemacht. Hat doch mein Mann das ganze Körbchen entdeckt, wo die 20 Stück drin waren. Also wenn ihr mich schon länger begleitet. Wisst ihr, dass ich einmal ein Shopping Haul hatte. Mit 20 solchen kleinen Flaschen. Und einer Badetasche. Da hat er gesagt. Was ist denn da los? Aber sonst geht das gut, oder? Das ist mein Lieblingsduft. Aha. Gut. Also wie gesagt, von denen kommen wir noch ein paar. Dann habe ich Dusche und Shampoo 2 in 1 von Balea Med. Das habe ich jetzt für meinen Mann gekauft gehabt, dass er das benutzt. Sein Neurotermitis ist doch stärker als dieses Teil. Aber es war ihm angenehm. Es hat ihm sehr gut gefallen. Aber weggegangen ist es nicht. Er müsste vielleicht wirklich mal zum Arzt gehen. Aber das macht er ja nicht. Aber ich sage mal, er ist alt genug. Muss er selber wissen. Dann habe ich hier ein Isana Haarspray. Stärke 5. Kaufe ich auch immer wieder nach. Dann hat mein Mann leer gemacht von Giorgio Armani. Das hat er letztes Jahr zum Geburtstag bekommen. 30 Milliliter. Ist auch leer gegangen. Dann habe ich hier Body & Soul. Das ist aus der Müller Drogerie. Ich denke mal, das ist so eine Art, so ein Jupe zu den Rituals-Produkten. So aromatisch. Also ich gehe davon aus, dass es sowas sein sollte. Und das ist mit Iris und Sandelholz. Davon gibt es noch Duschgels. Ich glaube Körpercremes und Schaumbäder. Also ich glaube, das war jetzt ein Duschgel. Und ich werde, wenn ich noch mal dorthin kommen sollte, zu einem Müller, mir das Schaumbad holen. Ach, das riecht wirklich gut. Die anderen muss ich noch testen. Da gibt es noch ein gelbes und noch ein grünes. Also das, die Leine ist jetzt leer. Dann habe ich hier ein Balea Deodorant. Vom Dich her sehr schön. Aber ich kann mir das wirklich nur auf den Körper sprühen. Nicht unter die Arme, weil ich von Deo Sprays halt leider immer Ausschlag bekomme. Dann einer meiner, boah, klebt alles. Vier Cremes. Die Coco Cabana von DM. Ist jetzt endlich leer gegangen. Ich hatte ja damals auch vier oder fünf Stück gekauft. Und bis aufs letzte leer gemacht. Ja, die könnte ein bisschen besser einziehen. Aber sonst, vom Packaging her, gefällt mir der Napf richtig gut. Und ich habe jetzt noch einen in Gebrauch und bin dann wirklich froh, wenn der alle ist. Ich habe zwar dann noch einen in den dunkleren Rot. Mal sehen, wie das ist. Aber würde ich jetzt erstmal nicht nachkaufen. Ich brauche eine neue Duftrichtung. Dann habe ich ein von Juggerna Lane, ein Moonflower oder Toilette. 100% Naturalspray. Es roch ein bisschen wie Marzipan. Also ganz leicht blumig. Allerdings der Sprühstoß, der war so fein. Also richtig fein, wo ich immer denke, es muss doch mal was auf die Haut kommen. Also würde ich mir jetzt, wenn dann als Körperspray, ein nasses Körperspray, wenn es sowas gäbe. Aber das war mir einfach zu wenig. War mir einfach zu wenig auf der Haut. So, was haben wir da noch? Oh Gott, ich habe noch jede Menge. Biotherm. Life Plankton Elixier. Das war mal eine Probe von Douglas. Das war okay. Fünf Millilie. Die kleinen Tuben, die sind immer so ergiebig. Das ist Wahnsinn. Dann ist leer gegangen von Urban Decay. Mein Allrider. Ein Fixing Spray. Also das ist wirklich, da kann man wirklich Sport damit machen. Ist sehr zu empfehlen. Ich habe noch zwei im Backup. Dann habe ich von De Cure. Das ist ein Mikrobiome, ein Repair Mist. Oh Leute, wisst ihr wie das stinkt? Also kein Nachkaufprodukt. Einfach nur, oh. Mag sein, dass das vielleicht gut ist. Ich habe das dann einfach nur noch auf die Beine gesprüht. Also, nee. Also am Duft müsst ihr da wirklich was machen. Dann habe ich von Douglas Regenerating eine Schlafmaske. Super gut. Die roch nach Melone. Ein schöner Duft. Roch nach Melone habe ich dann abends immer, wenn ich keine Gesichtsmaske benutzt hatte, habe ich dann das abends aufgetragen. Muss natürlich aufpassen, dass ich dann nicht genau auf dem Kissen liege, damit es anbappt. Aber hat die Haut wirklich weich gemacht. Würde ich Tatsache nochmal nachkaufen. Dann ist leergegangen von Reval Loves Me. Ein Color Correcting Concealer. Ach, war einfach zu hell. Aber ich habe ihn aufgenutzt. Ich benutze alles. Und wie gesagt, mir einfach zu hell. Der war mal irgendwo drin. Und daher habe ich ihn mit aufgebraucht. Dann zu empfehlen von Anew. Purifying Jelly Cleanser. 150ml von Avon. Ja, sieht man es? Ja. Genau. War okay. Auch vom Aufmachen hier unten. Ging immer ein bisschen schwer. Aber hat mir gut gefallen. Würde ich wieder kaufen. Dann habe ich hier eine Paradise Mascara. Verpackung ist schön mit den Glitzer hier oben dran. Aber wie gesagt, ich habe die dann, also die ist mit Gold, die habe ich dann meiner Tochter gegeben. Ich weiß nicht, was die macht. Das Ding ist leer. Na ja, egal. Hauptsache es macht einer leer. Dann habe ich hier noch von Douglas aus dem Home Spa Adventskalender. Den gibt es dieses Jahr auch. Der hat zwei Punkte in der Bewertung. Ich verstehe das überhaupt nicht. Ich fand die Produkte richtig toll. Und was da alles dabei ist, Duschgel, Bodylotions, kleine Körpersprays, Seifenhorn da drinne, Body Scrub. Also ich weiß nicht, warum dieser Kalender nur zwei Sterne hat. Kostet jetzt glaube ich 50 Euro. Ich hatte ihn damals für 30 Euro geschossen und noch 5 Euro Payback-Coupon. Also ich hatte ihn damals für 25 Euro. Da kann man wirklich nicht meckern. Dazu hatte ich natürlich auch die Körpercreme mit Orange und Mandelblüte. Also mir hat das gut gerochen. Ich glaube, den Becher muss ich wieder aufheben, weil ich mixe ja immer meine Foundations. Da kommt immer alles rein und da brauche ich immer solche kleinen Becher. Dann habe ich hier Cash von, hatte ich mir damals aus dem Globus geholt. Das ist der Parfüm-Tube zu Pocoraban, Lady Million. Hält natürlich nicht zu lange. Auch mal so zur Erfrischung ist das ein schöner Duft für zwischendurch. Dann hatte ich hier ein schönes Avon Body Spray mit, oh Gott, das kann man gar nicht lesen. Creamy Violet. Also es roch wirklich so nach dunklen Orchideen. Also richtig, richtig, ich sag mal betörend. Also würde ich mir auf jeden Fall wieder nachkaufen. Dann habe ich hier ein Lipgloss von Corris. Den musste ich jetzt aussortieren. Der fängt an zu kleben. Den hatte ich damals noch aus so einer Douglas-Box, die es gab. Jeden Monat für 12 Euro. Ja, der klebt schon und ich glaube, der ist gekippt. Der stinkt auch. Aber es ist egal. Wie gesagt, Glosses habe ich jede Menge von der Farbe her. So einen braunen Nude-Ton. Also war sehr schön. Dann ist leer gegangen von Bokodent. Ein Zahngel von den Kindern. Hier hatte ich von Ritual of Namast Glow Radias Anti-Aging Serum. So eine kleine Probe. Ich glaube, die war auch mal bei Douglas. Konnte man sich die raussuchen. Und da waren 10 Milliliter drin. Also wie gesagt, die kleinen Tuben sind so ergiebig. Hat mir gefallen. Dann habe ich ein Blooming Beauty Bubble Boss. Cherry Blossom and Orchid. Also mit Kirschblüte und Orchidee. Ein Schaumbad. Ich muss jetzt wirklich mal sagen. Also ich bin ja immer begeistert von den Arbendschaumbädern. Aber mir kommen die jetzt irgendwie dünner vor. Falls jemand das Video jetzt sieht und auch, aber ein Produkt benutzt. Wäre schön, wenn ihr mir mal reinschreibt, ob es euch auch so geht. Ob ich mir das bloß einbilde. Also Schaum macht es ja trotzdem noch. Aber mir kommt die irgendwie dünn vor. Dann habe ich hier noch mit Rose und Amber. Wie gesagt, ich mache auch mal ein so ein Ding mindestens in die Badewanne. Und dann habe ich Schaum ohne Ende. Dann auch von Arbon. Individuell Blue Strong hat mein Mann leer gemacht. Das ist ein sehr frischer Duft. Ich kaufe immer das, was im Angebot ist und stelle den das hin. Der meckert da nicht. Der nimmt das, was da steht. Von M.A.SAM habe ich ein Vitamin C Body Lotion Glow. Also die war schön. Die zog gut ein. Und die war in meinem Adventskalender vom letzten Jahr. Dann habe ich auch noch so die absoluten Flop-Produkte. Das sind solche Eyeliner, Liebschattenstifte. Also ich brauche jetzt, ich habe, wenn ich sie benutze, drei Stück im Angebot, im Angebot, im Gebrauch. Ich reiche nicht mal für ein Auge mit so einem Stift. Darum habe ich immer zwei. Und ich habe jetzt umgestellt auf so ein kleines Fässchen, wo erst mal viel mehr Produkt dran ist. Und da komme ich viel besser zurecht. Also die Dinger, die wandern bei mir jetzt weg. Dann habe ich von Ahuhu Organic Hair Care Shampoo. Das ist auch von M.A.SAM. Das hatte ich im Urlaub noch gehabt. Ey, das ist mega. Das ist eine richtig tolle Haarwäsche. Davon hatte ich eigentlich noch einen Conditioner gehabt. Also würde ich mir wieder kaufen. Die ist richtig schön. Die Haare sind seitig. Die haben Glanz. Die sind weich. Also kann ich nur empfehlen. Dann meine absolut tolle Creme von Pry. Die hatte ich mal von Pyrrisch in so einer Überraschungsbox, die ich gewonnen hatte. Bei Claudis Welt. Ja. Oh, dass das leer ist. Die war so schön. Die roch gut. Wie früher die CD-Seife. Das habe ich euch ja auch schon gesagt. Hebe ich das jetzt auf, dass ich mich immer dran erinnere, was es für schöne Creme gibt. Ja. Die muss ich aufheben. Weil die würde ich mir definitiv nachkaufen. Aber so eine Creme kostet über 40 Euro. Dann habe ich hier von Lancome eine Multilift Ultra Creme. Das war mal so ein Dreier-Set mit einem Serum, Creme und eine Augencreme. Also die hatte ich mit dem Urlaub gehabt. Die war auch echt toll. Nehme ich immer mit, solche kleinen Teile. Dann ein Baleamen Deo-Roller. Wird auch immer wieder nachgekauft. An die Transpirant, an die Fleckenbildung. Kann ich empfehlen. Kauft mir auch immer wieder nach. So. Dann hat meine Tochter leer gemacht. Von Bilou. Das war ein Duschgel. Slushy Apple. Also das war so ein grüner Apfelduft. Hat ja auch gefallen. So. Dann hatte ich hier von CV. Von Müller Drucker. Genau. Das ist die Eigenmarke. Waren hier Pickelpetsche. Entschuldigung. Genau. Die sind auf so einer kleinen Blister. Und die kann man sich dann auf die Pickel drauf machen über Nacht. Also bei mir funktioniert es gut. Bei den Kindern, die jetzt so langsam pubertieren. Mama. Ich hatte das an der Lippe gehabt auf einmal. Und mein Großer. Mama. Ich hatte das auf mein Auge gehabt morgens. Ich sage, was macht denn ihr im Bett? Wie wühlt denn ihr rum? Ach wie gesagt. Ich habe noch ein paar und ich brauche die auch. Die sind wirklich gut. So. Dann habe ich noch ein Imperial Rogue. Also eine kleine Motivkerze von Ritual Vormit im Adventskalender. Habe ich leer gemacht. Wollte ich euch zeigen. Och, die geht schnell leer. Das ist natürlich toll. Habe ich jetzt noch vier Stück stehen. Also gefällt mir sehr gut. So. Die zwei Körbe sind leer. Es geht aber noch weiter. Jetzt kommen noch die ganzen Masken. Als erstes von Isana Wattepads. Sind leer gegangen. Kaufe ich auch immer wieder nach. Ich mag die von Isana am liebsten. Als wie die von DM. Dann hatte ich eine Gesichtsmaske. Douglas Radiance Face Mask. Mir war die zu fest. Die habe ich jetzt auf zweimal benutzt. Die war relativ fest. Die musste ich erst in der Hand ein bisschen weich machen und dann auftragen. Das war eine Probe. Eine Gratisprobe. Dann für eine Limited Edition mit Kokosnuss und Drachenfrucht. Die war schön von Balea. Dann habe ich noch von Revolution einen Concealer. Ich glaube, den hat meine Tochter mit vermatscht. Da kann ich jetzt gar nichts dazu sagen. Aber naja. Ist leer. Dann ist mal wieder leer gegangen. Eine Lippenpomade von Nature Meal. Green Urban Beauty. Ist leer. Es ist leer. Es ist hier vorne noch ein bisschen was drin. Wie gesagt, das kratze ich nicht raus. Das habe ich nicht nötig, weil ich noch zehn Stück solche Stifte habe. Aber war es ja schön. Dann habe ich aus dem Adventskalender von Isana einmal Hyaluron Power Mask und eine Verwöhnmaske. Der Duft war richtig schön. Also würde ich mir, wenn es die geben würde, nachkaufen. Also der Duft braucht gut. Genauso wie die Antifaltenmaske für mehr Elastizität. Weniger wahrnehmbare Falken, Collagen und Traubengernöl für anspruchsvolle und reife Haut. Es sind immer zwei Stück drin. Ich reiche da immer relativ weit. Manchmal mache ich es mir auch bloß unter das Auge. Dann habe ich hier eine Lippenmaske. Die hatte meine Tochter benutzt. Die findet das immer voll lustig. Dann haben wir hier dreimal Augenpatches Isana Hydrogel. Das sind die Butterfly. Die waren im Abverkauf dann für 50 Cent. Habe ich natürlich die ganzen Zwischstiegen mitgenommen. Für 5 Euro. Ich glaube 20 Stück waren dann da drin. 20 Stück? 20 Stück drin? Ne, dann habe ich 10 bezahlt. Ich habe es mir gezeigt. Meine Tochter hatte glaube ich 10 Stück und ich hatte 10 Stück. Genau. Also ja, die passen nicht so toll unter das Auge. Aber für einen halben Preis, wie gesagt. Nimmt man das mit. Dann haben wir noch eine Lippenmaske und einmal Augenpads. Eine Lippenmaske. Ja, ich fand das mal angenehm, erfrischend. Weiß jetzt nicht, ob das wirklich viel macht. Ja. Wenn es im Angebot ist, kaufe ich es natürlich. Dann habe ich noch die Hydrogel Augenpads. Also ich liebe ja Augenpads sowieso. Die macht man morgens immer drauf. Ich habe es immer abends drauf gemacht, wo man dann den Effekt im wahrsten Sinne des Wortes verschlafen. Sollte man doch eher morgens machen, wenn man die Zeit hat. Dann habe ich hier meine Lieblingsbadebeeren. Vanille Orchidee. Wer das immer noch nicht gekauft hat, kauft euch das. Das kostet 55 Cent. Das hat so einen geilen Duft. Probiert es einfach aus. Also wie gesagt, ich habe da immer massig im Backup. Dann habe ich Isana Badesalz Sunset Beach. Hat mir gut gerochen. Mit Papaya und Kokos würde ich wieder kaufen. Dann habe ich Badeperlen mit Vanille und grünen Teeextrakt. Das war aus der Müller Drogerie. Hat mir auch sehr gut gefallen. Die kleinen Badekügelchen nehme ich halt immer, wenn ich Haare wasche, dass ich da keinen Schaum habe. Dann von Terra Naturi war auch aus der Müller Drogerie. Die waren mal reduziert auf 50 Cent. Und das war auch Badesalz mit Meersalz und Jojobaöl. Zitrone und Buttermilch. Das roch, das roch gut. Da kriegt man gleich so Appetit auf so einen Shake. Dann habe ich von Biroutine ein Glitzerfußbad. Naja. Fußbad mache ich eher weniger. Aber ich musste zur Fußmassage. Und da hatte ich das vorneweg noch gemacht. Bin ich schnell heimgefahren, noch ein Fußbad gemacht, dass die Füße nicht stinken. So, dann habe ich wieder ein Flop-Produkt. Hey Organic. Eine Gesichtsmaske. Die rührt man hier drin an. Erstens stank sie. Zweitens war sie viel zu flüssig. Die war einfach nur eklig. Für mich ein absolutes Flop-Produkt. Hat mir nicht gefallen. Dann hatte ich hier eine kleine Ampulle. Oh Gott. Ich kann es nicht lesen. Ich kann es wirklich nicht lesen. Das ist so winzig. Die war gut. Zog schnell ein. Dann hatte ich noch von Gadea Vera eine Aha-Clo-Booster-Tuchmaske. Die brennt mir anfangs immer ein bisschen mit Orange. Aber dann geht's. Gefällt mir gut. Die Haut war schön weich. Danach würde ich mir wieder nachkaufen. Dann habe ich eine Tuchmaske von Eternal Summer. Die riecht auch sehr gut. Würde ich auch wieder nachkaufen. Dann hatte meine Tochter so eine Sweet-Candy-Maske aus dem Action mit so einem Bärschi-Motiv drauf. Ach, das sah so niedlich aus. Das sah niedlich aus. Ob das jetzt Pflege ist, sage ich ja immer wieder. Aber es sieht halt süß aus. Die Masken. Oh Gott. Wenn die Stimme versagt. Genau. Erkältungszeit von Tete Sept. Liebe ich über alles. Diese kleinen Packungen. Kaufe ich auch gerne wieder nach. Ich würde natürlich auch mal eine Großpackung kaufen. Dann habe ich hier Tuchmaske Juicy Melon. Oh, die war betörend. Die war so betörend, dass es dann fast schon wieder zu viel war. Ich war dann froh, wo ich sie abnehmen konnte. Aber Melonduft erinnert mich so an Cocktails, an Urlaub. Einfach toll. So, dann hatte ich noch eine Augentuchmaske. Sah ein bisschen aus wie Wonder Woman. Hat mir gut gefallen. Hat schön abmatiert. Würde ich wieder kaufen. Oh Gott. Jetzt läuft alles heraus. Dann habe ich noch von Schäbens eine Aloe Vera Tuchmaske mit Aloe Vera Hyaluronsäure und Moosferm. Gefällt mir auch sehr gut die Schäbens Masken. Also auf jeden Fall ein Nachkaufprodukt. Hier hat man noch eine Face Sheet Maske mit Camilla von Action. Da hat meine Tochter kritisiert, dass die Maske einfach nur weiß war. Geht nicht. So eine Maske, wo so eine Blume drauf ist, muss halt auch ein Aufdruck drauf sein. Also ein Verbesserungsvorschlag. Bitte wieder mit. Dann hatte ich hier eine Face Maske. Mit solchen Stachen. Also die war ja so, ich sah aus wie so ein einsamer Ritter. Richtig wie eine Maske. Ja, das geht eigentlich gar nicht. Die war so fest, die musste ich immer wieder andrücken. Ja, ich habe es mal benutzt. Mein Mann hatte wieder gelacht. Und ja, also nochmal kaufen würde ich es nicht. Aber die Verpackung sieht halt gut aus. Hoffentlich denke ich daran, dass ich die beim nächsten Mal nicht kaufe. Die war einfach zu derb. So, das war mein großes Aufgebrauch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen, euch vor Fehlkäufen zu bewahren oder euch schmackhaft zu machen, auf Neues auszuprobieren. Lasst mir gerne ein Like da. Ein Abo. Das ist ganz wichtig, weil 50% meiner Zuschauer haben noch kein Abo da gelassen. Also wie gesagt, bitte, 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 bitte ein Abo. Wir wollen doch jetzt nur endlich mal die 400 knacken, dass wir mal eine Verlosung machen können. Also macht's gut, eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Eure Carina. Ahoi.